Und da dazu, wenn ihr den Fahnen-Schwinger seht, der Benjamin Portscher, der ist dieses Jahr in der Höchler, weil letztes Jahr hat es einen Umzug gegeben, Musik hat der Wunderschösen ein neues Lokal gekriegt und er als Fanrich ist gegangen und dann hat er die Fahnen gehabt, aber keine Stangen und dann hat sie die Stangen immer noch auf der Triebe bis zum Umzug und er hat ihm der Marketing-Täterin geholfen zum Schnapp, also Ur-Schenker und wenn ihr sagen, dann startet ihr immer die Melbierer, also die Harmoniemusik nützt das und die sind dieses Jahr zum zweiten Mal dabei mit der Jungmusik und wenn ihr da schauen, es sind über 80 Musikanten, 80 Musikanten und es nützt das, wo der Melbierer Faschingsumzug anführen und wenn die vorbeigehen, bitte klatschen mit, Geht an den König Applaus, genauso bei der Kindogärten, bei der Volksschule und natürlich bei der Hauptschule und bei jeder Gruppe, wo er mitgeht. Recht, recht herzlich heran. Jetzt machen wir mal ein kleines Stimmungsbarometer da beim Gemeindeamt. Wir brauchen ein kräftiges мало, gerne! es ist Die Harmoniemusik nutzt das. Eine wunderbare Gruppe mit über 80 Musikanten. Da bin ich mit Potscher dieses Jahr mit der Fahne. Unsere Nummer 1 bei mir wäre der Faschingsumzug. Und alles klatscht mit. Obmann ist der Markus Komploi, Trommeler ist der Roland Komploi. Und wenn ihr mich kennen, wisst ihr wo ich arbeite. Das ist schwer zu erkennen. Recht, recht herzlichen Dank. Mit einer Firma, der Firma geht's dir? Alles klatscht mit der Harmoniemusik. Nütze das! Auf unsere Harmoniemusik nützt das ein kräftiges . . . Piera Viehra! Piera Viehra! Piera Viehra! Piera Viehra! Recht, recht herzlichen Dank. Über 80 Musikanten. Ob Jung und Alt, alles Bild und Instrumente nütze das. So, die Harmoniemusik nicht zu der Statat, ich hab's vorher schon gesehen, der Benjamin Burtscher hat die Fahne, den Fahnenmast wieder gefunden, letztes Jahr ist er nicht dabei gewesen und dieses Jahr begrüßen wir Ihnen nach einem recht herzlichen mit einem kräftigen Birra Birra! Birra Birra! Und wir müssen natürlich heute noch mal in Vertretung von allen Musikanten unserem Markus Kompley mit dem Roland, der diesen Stand sponsert, auf euer kräftiges Birra Birra! Birra Birra! Und alles klatscht mit der Harmoniemusik in Lützerers! Und alles klatscht mit der Harmoniemusik in Lützerers! Wie hau' ich Musik in Lützerers! Ich habe ihn also in den Kinderm gardensthem aus Lützerers. Die Bonte-Krau. Immer hat er schon beigetreten und hat mich geschaffen. Die Barbara Taure in Frankfurt mit vielen Kindergarten und Pädagogik in der Orte. Für die Kindergarten ein kräftiges Pira-Mira! 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 Der Kindergarten wird den Volk von der Volksschule nützen. Das Leben in der Unterwelt mit dieser Anlagen. Die Unterwasserwelt mit wunderbaren Schirmen. Die Direktorin, die Angelika Zottele. Und auf einmal ein rollkräftiges Pira-Mira! 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 Recht herzlichen Dank den Verantwortlichen, die sich jedes Jahr so viel Zeit im Bastelunterricht nehmen, dass sie mit den Kindern so wunderbare Kostüme basteln und mitteln. Auf den Kindergarten, auf die Volksschule noch einmal ein kräftiges Pira-Mira! 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 Die Kindergarten-Vorsorge ein. Aber die Kinder haben natürlich keinen Zuckern dabei. Rechtrecht herzlichen Dank der Volksschule Münzenlurs! Pira-Mira! 1a, 1b, 1c. 3a, 3b, 3c. Die Vorschules Münzenlurs ist auch dabei. Das habe ich nicht 간en, denn da sind alle schon groß. Also auf die Vorschule und die, die ein bisschen größer sind, nochmal ein kräftiges Bührer-Bührer! Bührer-Bührer! Seid ihr, wir Kinder müssen mitschreieren und das ist der Nachhux, dass der Faschig weiterlebt. Da vor mir ist gerade der Glühmost-Express. Wenn einer Müsse will und wenig Geld, kann er da gerne. Er müsste er stehen. Wir begrüßen hier beim Gemeindeamt, die Mittelschule nützt das, Fußballer und Cheerleader. Was tun die Cheerleader? Tanzen! Da sagen wir recht herzlichen Dank der Direktorin, der Ivan Stropper, auch mit vielen Lehrpersonen, Elternteilern, immer da mit ihm auf euch ein kräftiges Bührer-Bührer! 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 Da sehen wir, wie viel schöner ist das B Bier im Mitzen der Sonne. Wir gehen uns also, die Fachleute nicht aus. Ihr habt schon gesehen, nicht so dass mit der Harmonimusik, mit dem Kindergarten, mit der Volksschule, mit der Mittelschule, es sind riesige Gruppen. Jetzt haben wir ein Witz, ein Loch, wenn ein Loch ist, ich denke einen Witz erzählen. Wer von euch ist schon mal im Südtirol gesehen? Hand hoch! Wer ist schon mal im Südtirol gesehen? Okay, im Südtirol, da trifft ein Kollege Drani und seht, du, ich fahre Südtirol in Urlaub. Dann sieht er, boah, voll lässig. Dann fragt er, du, fährst du über eine Rische? Und dann sieht er, nein, über die Pfingsten. Ich gehe davon aus, dass alle mitkommen sind. Als nächstes begrüßen wir Ihnen die Lammwerkstatt Brunnenfeld da, die bunten Vögeln von Brunnenfeld. Ja gut, der Brunnenfeld, da würde sich natürlich schwer tun. Ist in einer großen Gemeinde, bei Brunnenfeld, mit denen eine 300 Meter Stadt durchfahrt, wo die es hier haben. Es ist nicht so, dass sie das tun, das ist wirklich schwer. Aber wie der sagt, da sind viele kleine Kinder dabei, und das ist auch schön. Und ich begrüße mich natürlich auch mit einem markierigen Applaus. Viel hauen wir Finger! Ich weiß nicht, wie es bleibt! Abonniert zum Schluss. Entfernen Sie nicht? Die VS-Landwerkstatt Brunnenfeld, die bunten Vögel, das ist bezogen auf das Adelsgeschlecht der Herren von Brunnenfeld und die begrüssen wir mit einem kräftigen Jöri Jöri! Jöri Jöri! Jöri Jöri! Und die VS-Brunnenfeld, da wäre gut, wenn da eine Witzel schneller durchkommt. Eine wunderbare Gruppe, wenn ich da liege, ein altbekannten Toni Mitzner, Mitzner Media, ins B, er macht Popcorn für alle! Donny, ein kräftiges Jöri Jöri! Jöri Jöri! Jöri Jöri! Jöri Jöri! Und die VS-Radistin, ein kräftiges Jöri Jöri! Jöri Jöri! Wunderbar, Toni Mitzner Media schickt mit seinen Kindern Popcorn aus, seine Frau ist dabei! Recht Bang! Herzlichen Dank, dass Sie da dabei sind! die Landmarkstadt Brunnenfeld. Zum ersten Mal dabei die Bienenbarbe Hey Hey Vicky. Die Nicole Dobler, bekannt in Nützendorf. Segen wir ein recht recht herzliches Dankeschön. Eine wunderbare Blunden zur Gruppe. Und da feist euch aber ein kräftiges Jöri Jöri. Jöri Jöri. Jöri Jöri. Und sparen euch mit einem Applaus, wenn man sagt, wie sich die hier wunderbar gekleidet haben, wie viel Arbeit das sie hier gesteckt haben. Auf die Bienenbarbe. Kinderbetreuung Bienenbarbe. Und in Nützendorf, segen wir frei und kräftiges Bira Bira. Bira Bira! Bira Bira! Jöri Jöri Jöri. Jetzt kommt die erste Luca Musik. Sie ist lange bekannt. Die Weigauer wurden so. Die nachher auf den Kirchbohr nach einem Konzert gehen. Und da könnten alle witzig klatschen. Die Jennifer Blatzer und die Sonja Putzer sind da verantwortlich und die bewässern wir mit einem kräftigen Bodasori, Bodasori, hoi, hoi, hoi! So, dann, jetzt sind sie gleich, da, die Walgauer Bodasori, wir begrüßen sie zusammen mit einem kräftigen Bodasori, Bodasori, hoi, 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 Bodasori, Bodasori, hoi, 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 alles klatscht, die Walgauer Bodasori, danke, Fürsten Bensi, Auf die Walgauer Bodasori, ein kräftiges Bodasori, 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 und der Tümmel, die Nütze sind ein kräftiges Biera Biera, Biera Biera, Recht herzlichen Dank und alle Lügen freuen sich auf euch bei der Kiramordina, auf das Monsterkonzert. Und jetzt geht es wieder los mit der Walgauer Bodasori, der nächste Marsch. Was wäre ein Faschingsumzug ohne Frachtengruppe? Nütze das! Die Übelflieger! Jedes Jahr ein wunderbares Thema und wenn ihr das anschaut, über 60 Teilnehmer! Die Trachtiggruppe Nütze das als Übelflieger! Und dann dürfen wir mit einem Applaus und Nütze das als Übelflieger! Auf unsere Trachtengruppe Nütze das ein kräftiges Biera Biera! Biera Biera! Biera Biera! Und wer da wissen, die Trachtengruppe Nütze das macht nicht nur einen Frühschuppen in Bonnort, sondern seit Jahrzehnten einen wunderbaren Drei-Königs-Ball verantwortlich die ganzen Mitglieder. Und wenn man das anschaut, einfach genial, dass die Trachtengruppe Nütze das immer wieder so ein wunderbares Thema hat. Auf unsere Trachtengruppe noch einmal ein kräftiges Biera Biera! Biera Biera! Biera Biera! Biera Biera! Biera Biera! Jetzt habe ich aber gerade einen Anzugssache, die nicht schon geplanten könnten. Mit denen würde ich das am Kirchplatz nicht besprechen. Ja, wir im Spreusstand haben sie erst das letzte Kirche, das ist auch Tradition. Das hilft Sandroni, wenn man redet, mit einem Ölern, die Sonnenberger Trachtengruppe. Und jetzt begrüßen wir uns, unsere Nachbarn aus Plonens, die Funken Zunft Plonens, mit ihrem Obmann, dem Christian Pelini. Sie sind auf weg, wir sind 1664. Und unsere Zunft des Plurals begrüßen, wenn wir noch kräftigen. Jöri Jöri! Jöri Jöri! Jöri Jöri! Jöri Jöri! Jöri Jöri! Jöri Jöri Jöri! Jöri 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 Jö Die Familiegruppe Bartl und Meier, so richtig nett ist nur im Bett. Die Helma Bartl und die Wolfe Bartl mit der Wolfe Meier. Wir sehen, da wird nix parat, was Zuckerlössig hat. Für eine winzige Gruppe immer wieder ein kräftiges Piera-Miera! 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 Und wenn ihr seht, da gibt's Klutschen, da gibt's Fizzers, der Wolfe und der Freddy Meier mit ihren Kindern schon. Wohlen mal! Die Familiegruppe Müller mit Freunden. Sie machen jetzt ihr Thema Nimrods. Und wenn ihr sahen, die wunderschönen Kleider, das Ralf Müller und Peter Müller, der Art und Gerner Müller mit Freunden. Und wenn ihr sahen, die wunderschönen Kleider, das Ralf Müller, Peter Müller, der Art und Gerner Müller mit Freunden. Immer wieder machen. Für euch ein kräftiges Jöri Jöri! Jöri Jöri! Jöri Jöri! Und natürlich ein kräftiges Piera-Miera! 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 Jöri 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 Jö Peter Steiner hat geordnet am Schluss. Früher haben wir da gesagt, die, 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 die. Haben wir gehabt. Jetzt sagen wir für die Fremdschaftsnützungsnahme der Kräftigst. Biera Biera! Biera Biera! Biera Biera! Biera Biera! Biera Biera! Biera Biera! Ja, liebe Leute, jetzt haben wir wieder ein bisschen Loch. Aber das ist bewusst gemacht. Jetzt kommt, glaube ich, eine von der wundervarsten Gruppe an, die es das gibt. Das ist der Tanzfreien Würz. Da sind über 80 oder 90 Kinder dabei, die tanzen. Ich sag zwar vorher fast noch ein Traktor. Aber wenn denn die Kinder von Bürsch kommen, äh, sie machen Born to be a Rockstar. Also die singen AC. Wenn ich gerade vor mir sag, ein wunderbarer Mensch, der wunderbare Musik gemacht hat, fast am Samstag, fast am Sonntag. Vorher weiß ich jetzt nicht, aber die Gruppe heißt Dünes. Am Samstag Dünes XL, gestern Dünes. Wunderbare Musik, die dieses Jahr beim Dünesklub beim Jubiläum spielen. Und da sagen wir recht recht herzlichen Dank. Es war absolut überscharf, am Samstag Abend in Blundens. Also, die Tanzgruppe Bürsch wird angeführt vom Traktor, weil wir hier noch Musik haben. Aber, da läuft eh ein bisschen hartere Musik. Und da werden die Leute mögen böse Kinder dahinter mit ihren Tanzlehrern und tanzen. Also eine wunderbare Geschichte, dass dieser Verein herbringt. Und die begrüßen wir natürlich den mit einem kräftigen Applaus. Und für die Börser, sind auch Börser da? Jawoll! Das Meikere steckt gerade die Hände hoch. Da machen wir ein kräftiges Krotter, Krotter! Krotter, Krotter! Krotter! Also, von der Orientierung her, wir sind bei der Gruppe 15, die jetzt kommen. Und wir haben vor 50. Also wenn ihr gesehen habt, ihr seid halb vier in der Hand, geht sich das nicht ums. So, jetzt kommt die Tanzgruppe für uns mit unvorstellbar vielen, vielen Kindern in unvorstellbar vielen Outfits Richtung ACDC. Dann könnt ihr selber klatschen mit und geben einen riesen Applaus. Ich sag schon, wenn sie tanzen, also da flippt ihr wirklich aus, wenn jeder vorbeigeht und wirklich dazu tanzt. Sensationelle Gruppe der Tanzvereins Burs. Verantwortlich dafür ist die Nina Bertl und da sagen wir recht recht herzlichen Dank. Am Anfang sind ein bisschen ältere. Wir begrüßen den Tanzverein Burs in Nitschelos mit einem kräftigen Krota Krota. Krota 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 Alle sind fit. Und ihr könnt sie noch mitsingen. TNT Sehr bekannt am Vordergrund, Sandra Breite. Wunderbar, dass ihr dabei singt. Die Choreografie ist sensationell. Es sind über 100 Kinder oder Mietern. Für den Tanzverein Burs ein kräftiges Krota Krota. Krota 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 Kr Ein wunderbares Lied, die Glocken klingen, also das ist ja nicht, wenn die Glocken heller klingen, sondern es ist helles Belz. Auf den Tanzverein nützen Sie es noch ein kräftiges Pira Bera. Pira Bera. Krota Krota. Krota Krota. Was wäre der Verein ohne meinen FC Nützeners? Ich oute nicht. Den FC Nützeners, am vordersten Fronten mit meinem Patrick, mit unserem Obmann, mit dem Sandra Koppzehn. Sie machen die Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Über 50 Teilnehmer, wir fiebern mit und Österreich wird Europameister. Auf den FC Nützeners ein einfaches Pira Bera. Pira Bera. Pira Bera. Pira Bera. Pira Bera. Pira Bera. Und wenn der Lungen Bobana von der Früh mit dem Sonntagnachmittag auf ein Heimspiel kann, im Normalfall Klinhammer, der hat zwar ein paar Verletzte, aber sie glaubt der eigene. Pira Bera. Wunderbar. Auf den FC Nützeners. Ein kräftiges Pira Bera. Pira Bera. Pira Bera. Pira Bera. Pira Bera. Die Dortmunder, die Gelben sind auch dabei, aber wir sind eine Einheit. Auf den FC Witz, zusammen ein kräftiges Bierer-Wierer! 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 Sodala! Der Fasnau-Pferei Börser-Park! Die begrüßen wir! Segen wir jetzt ganz leise, wischele, wischele hoch, wenn sie da sind. Die Manuela von Stober ist zuständig für die Russer Unterwasserwelten vom Faschingsverein Börser-Park. Auf euch ein kräftiges Büschele-Büschele! 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 Und ein kräftiges Bierer-Wierer! 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 Ja, ja! Ein Stunde! Recht Hezein, Dank dem Faschingsverein Börser-Park! Der Faschingsverein Börser-Ass決. Chor-ened-Arten vers Șiainier! Das S consolidated! Aber wir wissen mal! Wir begrüßen jetzt gleich noch am Gemeindeamt den höchsten wunderbaren Zupf aus Starnel mit ihrem Chef, mit dem Johannes Luger und sie gehören ja fast zum Luger, aber wir begrüßen natürlich den mit ein paar kräftigen Biggie 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 Recht, recht herzlichen Dank, dass Sie wieder einmal Wüste dabei sind Auf die Funkenzumpf, Pinkster Lehrerin, noch einmal ein kräftiges Biggie 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 Und in Münzen aus Freie, ganz grüß Gott, Birra 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 Und wenn ihr da fahrt, werdet ihr sehen, damit biecht auch ein Original aus Nützerlust, er ist ein Kessler, er geht jetzt mit 100.000 Euro da rein, könnt ihr mal nicht ein Security haben Wir begrüßen da im Gemeindesektor die Mara Hockey, der Alexander Sutter aus Lodesch und wenn ich da rein schaue, da ist Bodeviel Nützer das dabei, Nigel Hedl, wenn ich da so lagen, Efe Nigel Hedl mit ihrem Jürgen Und euch begrüssen wir mit euren Narrowauf, Huck, Huck, Narrowhuck, Huck, Narrowhuck, Huck, Narrowhuck, Huck, Narrowhuck Und bei der Dritt Hetz Treibnerei am kräftigen, Birra 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 Ich bin in Aula g'sahe, wunderbare Kostüme, wunderbare Kostüme. Das B-Team Stream Punk, die Manuela Müller ist dafür verantwortlich und sie kann aus für uns und freier kräftiges Krotter, 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 Krotter und ich nütze noch sagen, mein Dankeschön, Birgavira, Birgavira, danke, dass du los bist. Die Rockliner Funkcampzone mit der Michael Neuer, der Verfahrensohn, mittlerweile nicht wegzudenken von der Faschentumzüge. Und wenn wir da schauen, die rocken immer vom Fahrensohn, es sind noch ein paar Prominente, die noch die erwähnen wir später, jetzt bleiben wir da einmal stehen und freuen wir uns haben ein kräftiges Hutschler, 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 Hutschler. Und wenn ihr sagen, auch der Bürgermeister von Blundens schwingt die Trommel, wir berüssen eure Halle, recht hat sie nütze oder so, wir haben ein kräftiger Birgavira, Birgavira. Birgavira, Birgavira. Hutschler, 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 Hutschler. Eine von meinen Gruppen in diesen vierten Jahren nicht fehlen darfst der Mütziger Faschentumzüge. Die Juffis Faschentfreunde mit Dunka Habe. Ich weiß schon nicht was es heißt, aber die Lieder unter Peter Juffinger, wo die werden immer wieder lebt, wo die Zeugung und frei ein kräftiges Jöri Jöri. Jöri Jöri. Jöri Jöri. Birgavira. 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 Jetzt hat sie nack Hunger, Hunger bibi. Dr. Jöri Jöri. Wir würden am Kirchplatz in Norden diskutieren was's dös heißt. Der Dennis Clout Burrs UJC Burrs, die Silke Meser und die Claudia Torres mit dem Farmenspiel. Und einen begrüssen wir ihn noch mit einem kräftigen Krota Krota, Krota, Krota. Krunter, Krunter und natürlich mit einem Pierna-Mierda, Pierna-Mierda, Pierna-Mierda. Vielen, vielen Dank dem Tennis-Club aus Pürs. Was wäre ein Umzug im Müncheners ohne unsere Freunde aus Nodesch? Die Nodescher Rehmer-Schwind mit der Sieke Hücker und dem Roman Alzer. Und heute begrüßen wir mit einem kräftigen Jöri-Jöri. 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 Und als Teichkech, Pierna-Mierda. 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 Die Nodescher Rehmer-Schwind, wo mittlerweile auch ein wunderschöner Umzug kann, wo der ganze Bezirkstadt nimmt. Recht, recht, herzlich heran. Gitarrenmusik. Ja, liebe Kinder, bitte aufpassen, ihr seht noch nicht so wie ich, dass der Gdora mit der Vegacon kommt, aber jetzt kommt wieder eine Sinserzählgruppe. Was wäre der Skiferein ohne ihren legendären Ski? Da werden ja immer viele, viele der Zeit da, der Skiferein nützt das. Für mich hätte ich einen Hand als Oma, aber das ist jetzt eine kleine Auffassung. Für den Skiferein nützt das ein kräftiges Bira-Bera. Bira! Bira-Bera! Ihr wisst alle, wir haben einen Nütze, dass es kein Gastschiesel mehr gibt, aber nicht in Reichweite. Und der Skiferein macht es seit Jahrzehnten da neben, da gibt es da berüchtigte Skistall. Die, die klein sind, können ganz sehen, die, die Husten sind, da gibt es ein Zelt. Und da geht es aus, ja. Das macht der Skiferein sehr, sehr sensationell. Und dort hätten ja immer alle einladen. Und wenn wir schauen, vorne sind die Alten vom Skiferein. Jetzt kommt da so die Nostalgie. Sie haben jetzt sogar die neue, der neue Look hat vom Nationalteam. Der ist nicht schon bei der Weltmeisterschaft. Ist das, wie ich vorne liege. Gerhard Rohrmoser. Er wird immer jünger. Ich weiß gar nicht, wie man mit 55 so auslagern kann. Auf den Skiferein, Nütze, das ist ein kräftiges. Bira-Bera! 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 Der Gary hat gesehen, sie heim im Skistall anwickelt isch. Also nehmen wir das, sie sind für alles gerüstet. Da laufen noch zwei von der Krote, auf euch zwei von der Krote, ein kräftiges Krote, Krote! Immer wieder bei, ich nütze das, der Richard Mitting mit dem Fasnach-Verein Heuler. Sie heilen nicht nur, sie geben im Fasching richtig Spaß. Und wenn man das da vorne liest, ein richtiger Heuler gehört in einen Frack. Und farblich sind wir körig auf Zack. Und Sie haben ganz einen eigenen Spruch. Heuler, Heuler! Ho! Heuler, Heuler! Ho! Recht herzlichen Dank, dass Sie sitzen und dabei sind. Noch mal ein kräftiges. Heuler, Heuler! Ho! Und vermitteln Sie das, Bira, Bira! Bira, Bira! Die Heuler aus Ludens! Recht, recht herzlichen Dank, dass Sie nur noch Zuckerlösse hauen. Und Kinder hauen Sie früh. Heuler, Heuler! Ho! Heuler, Heuler! Zwischenstand in der Rangliste. Wir kommen jetzt zur Nummer 26. Wir sind ja in der Hälfte. Die Uppdorf nahe, die Schlimmflip. Der Martin Flitz ist da verantwortlich. Und der hat uns klickt das. Und die bewirschung natürlich recht, recht herzlich. Ich habe es schon gehört. Ich habe es schon gehört. Und vor allem aber ein kräftiges. Jöre, Jöre! Jöre, Jöre! Jöre, Jöre! Und jetzt verbinden Sie das ein kräftiges. Bira, Bira! Bira, Bira! Bira, Bira! Bira! Bira, Bira! Bira, 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 Bira! Da so hat er gestanden. Mittlerweile ist er Deckeli finden. Und denen hat er so einen Spaßbereiter beim Faschingsumzug mitgekommen. Ja, jetzt wollen wir mal fragen. Hier ist die Stimmung beim Gemeindeamt in der Kurve. Machen wir noch mal ein kräftiges Bier am Herd! Bier am Herd! Vielen Dank! Tomilor, Gärte und ehemalige Kranenwirtin. Wir haben noch ein Schnäpschen am Schluss. Das tun wir eigentlich jetzt an. Jetzt sind wir gespannt, was da hinten passiert. Wenn der neue Kran erbaut wird, den hat die Zunft den Einspruch, dass wir da hinten in den wunderbaren Gebieten einen Ränderstand kriegen. Das hat der neue Bürgermeister Florian Temmessl-Unders schon zugesehen. Jetzt begrüßen wir die Familiengruppe der Leerfreie Obermacher mit Freunden, mit einem kräftigen Bier am Herd! 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 Und ihr sahen, sie spielen Fussball. Bier am Herd! Jetzt wissen wir auch, dass wir sie nichts als ein paar Löcher haben, denn es gibt immer Darbietungen. Und das ist gut so! Recht, recht, herzlichen Dank euch als wunderbare Truppe und ich bin schon überlegt, ob ihr ihr E-Mail erkennt. So, jetzt ist es, glaube ich, ein Siegesfeier. Uferhekräftiges Bührerbührer! 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 Wunderbare Gruppe! Jedes Jahr einmal das alte Maringericht aus Bluenenz. Thomas Geiger und der Klaus Sonderweger sind handwörtlich dafür. Und Sie kommen mit einem richtigen Hubschrauberer her. Dogei von der Reiberblode für euch ein kräftiges Jöri Jöri! Jöri Jöri! Jöri Jöri! Jöri Jöri! Und ich nütze das Sägema-Förei ein Dankeschön, ein kräftiges Bührerbührer! 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 Der Dogei mit dem Klaus Sikohanu Popcorn mit dem Lama. Also das Lama ist der Hubschrauber, wenn es jemand nicht weiß. Uferhein aber ein kräftiges Jöri Jöri! Jöri Jöri! Der Klaus Säge hat bei Ihnen teuer Männerkocher. Geht's euch gleich! Über das sprechen wir jetzt nicht. Die Gruppe 29, die Unverzünftigen! Die Mario Kaiser ist verantwortlich mit dem Team Valhalla! Und da sägen wir auch einen eigenen Spruch frei! Mu! Lei Lei! Mu! Lei Lei! Mu! Lei Lei! Mu! Lei Lei! Eine wunderschöne Gruppe und wenn wir loggern, was da abend ihnen steckt in der Kleider, was sich da alle antun, recht recht herzlichen Dank, dass sie dabei sind und nochmal für euch ein kräftiges Buch! Gumms-Buh! Gästchen! Pus! Bus! Pus! Also, ich kann ein Prozent versprechen, so etwas Wuchtes, was ich nicht zuletzt habe, Ich weiß ja nicht, was es ist, aber sind gespannt, was da jetzt kommt. Ein riesen Wager mit, ja, wir wissen es auch nicht. Das ist das Barbie. Und wenn ich da so runter schaue, ob Kinder Sachen tun können, ist ja fast wie eine Kinoabend. So, als nächstes erwarten wir da. Das ist die Nummer 30. Also wir sind jetzt bei der Nummer 30. Um 50 haben wir. Und das ist jetzt was ganz Besonderes, weil so große Wege, die Heize, wie ich es im Normalfall gerne hätte. Und wenn ich da so lese, das ist der Barbie-TÜV. Aber wenn ich das halt vormese. Also ich glaube, Barbie ist ja einerlich bekannt. Von Oberland bis ins Unterland. Das reimt sich. Und Barbie macht die Familie-Gruppe. Radl, Sotele, Purtscher, Verlatser mit Freunden. Und hat sich da so was auch getan. Also das ist ja wirklich, wäre es so ein Applaus wert, wenn sie da vor ihm reingangen. Und es ist eine nützige Gruppe. Die begrüßen natürlich auch mit einem kräftigen Bierer wie der Mail. Sie sind auch sehr rosa. Was die Barbie sieht muss. Jetzt muss ich da mal ein Kind fragen. Wie heißt es von der Barbie, der Ma? Du kenn. Das hat jetzt selber ein Ma gesehen. Das weiß man. Du kenn. Du hast mal ein Ma gesehen. Du hast mal ein Pätschöner mit zum Kinderlager. Gerade die Frankfurter Heter. Das Kinder, das ist jetzt, die Hautschutz und Klausse. Der Barbie-TÜV kennt, sucht die Organal-Barbie. Vielleicht ist sie da auch im Publikum. Wo ist die Originalbarbe? Wir begrüßen die sensationelle Familiengruppe, Radl, Zottele, Putscher, Verlatser, mit Freunden, mit einem kräftigen Piero Miero. Biero! 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 Und wenn ich da schaue, der Oberchef Michael Radl, er geht den Takt vor und er tanzt. Ich bin so schön, wenn ich noch mal einen kleinen Trachter mitfahre. Am Schluss kann ich noch ein paar grössere, ist aber ruhig. Noch einmal recht, recht herzlichen Dank der Familiegruppe, Radl, Zottele, Putscher und Verlatser, mit einem kräftigen Piero Miero! Biero! 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 Alle abtanzen im Barbie-Fieber, im wunderbaren rosa Kleidarm. Ich bin so ein paar Jahre alt. Das ist eine Gruppe! Gerne! Hier ist das nächste! Hier! Hier ist die Patenheimer! Alles aus Paten! Die Familie Kapetti! Kapetti und Zangen! Und hier kommt es abgenehme, und da sehen wir ein kräftiges! Hunzler, Hunzler! Hunzler, Hunzler! Hunzler, Hunzler! Hunzler, Hunzler! Rechner jetzt herzlichen Dank, Herr Pfarrer! Alles aus Paten! Sensationelle Gruppe! Und Freimaterial ein kräftiges! Piramira! 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 Recht herzlichen Dank der Funkenzunft aus Fandans, die auch ein sehr wunderbarer Umzug hat. Und dann müssen wir nach Fandans gehen, wo es richtig abgeht. So, jetzt klappt es schon mal. Die Klostertauer Rutschiefänge aus Nuttana. Alle Plastik mit dem Klostertauer Rutschi, Fena, 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 Rutsch, Rutsch, Rutsch. Und jetzt, jetzt macht Fusik einen Stumpf. Fusik einen Stumpf. Die Klostertauer Rutschiefänge aus Nuttana. So, jetzt sagen wir mal recht, rechts herzlichen Dank den Klostertauer Rutschiefänger mit ihrem Spruch. Finger, Finger, Rutsch, Rutsch, Rutsch. Finger, Finger. Und für eure Nütze, dass ein kräftiges Bierer-Wierer. Bierer-Wierer. Recht hat sie am Einkommen und jetzt ein Widerspieler. Und ihr wisst alle, wir haben einen neuen Pfarrer gekriegt. Wir sind immer Pfarrverband. Wir haben sie nicht genommen, kein Wunder. Aber der Kirchenkopf nützt das mit wunderbaren Stimmen, mit vielen, vielen neuen Mitgliedern. Und dann, die nicht alle macht, nicht die. Mit der Uferfrau, die schon einmal erkennt. 3 Sekunden und ein kräftiges Bierer-Wierer. 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 Man muss es sagen, wenn einer von den Edelbrennern da oben steht, kann ein Stil trinken, einer von neun Edelbrennern, wenn sie das isst, ein Schnäppsel gebrachtes Trinker. Wir sagen Danke und ich sage aber Danke dem Kirchenkornizidus mit einem kräftigen Birner Birner, Birner Birner, Birner Birner. Ein Umzug ohne Kirchenkornizidus, nicht vorstellbar, recht recht herzlichen Dank. Die nächste Gruppe 34, die Gola-Trolli aus Chagunt. Das Workout, das Workout wundert ernein. Da, da haben wir einen Fädel, wenn ihr kennt. Familiengruppe Seifl aus Knützendorf. Ein Einhorn kommt selten allein und Simon sind 120 Jahre beim Mehl ihrer Fassadung zu gmehen. Für euch ein kräftiges Birner Birner. Birner Birner. Birner Birner. Das Einhauen aus Knützendorf. Und da sei, da sind Italiener dabei. Den haben wir auch schon alle, wer denken können, es stirbt nie aus. Wunderbar. Familiengruppe Seidl mit Freunden. Bekorado gern. Unvorstellbar. Für euch noch einmal ein kräftiges Birner Birner. Birner Birner. Birner Birner. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Ja, liebe Leute, sparen euch nicht mit dem Applaus. Das sind lauter Familiengruppen, die sich sehr, sehr viel antun. Und da jetzt hier mitkommen. Und sehr, sehr viel Paschenen. Auf die Familiengruppen in Münzeners, auf die Freunde. Ein kräftiges Birner Birner. Birner Birner. Birner Birner. Und wenn du noch so nirgends, die Klitsch, da gehen schon ein kräftiges Zucker los. Also, da ist schon eine Fasnacht mit dem Faschingsumzug zu sichern. Und ich wünsche mir ein paar Sachen. Und ich wünsche dir, ich mit mir zuerst gehen. Aber ich wünsche dir, ich bin mir leid. Ich bin mir leid. Ich kann die Körner verschlafen. Ich will aber davon gehen auf der Diesen Lied. Und ich will nur, dass du glücklich bist. Und Mari. Ich will nur, dass du tanzt zu diesem Beat. Ich will nur, dass du glücklich bist. Und Mari. Der Goni kommt aus der Schweiz her und der macht den Basel Faschig mit. Und für den Goni und die Familie Seid mit dem Kralen haben wir ein kräftiges Bierherwer! Bierherwer! Und jetzt begrüssen wir die Unterwasserrente! Die Ingrid Fieweider ist da zuständig. Und da sagen wir rechtwärts, herzlichen Dank, das sind unsere SPÖ-Frauen aus EZ. Immer wieder mit wunderbaren Ideen beim Fasadumzug in EZ. Und für euch ein kräftiges Bierherwer! 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 Und liebe Leute, bitte schauen, ihr ganzer Vereine und Familiengruppe hat schon Dänkchen dabei. Und das ist ein wunderbares. Auf die SPÖ-Frauen haben wir ein kräftiges Bierherwerwer! Jetzt, Tradition geht um! Wir sind hier politisch, das sind die Frauen von dem sie das. Sie sind hier als wunderbare Hexer und Neck. Ein Lob an eure! Die Falsen an diesen, was zu allem wieder... Der Greer Ritzel ist da zuständig. Und frei noch mal kräftiges Bierherwerwer! 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 Eine Gruppe, die im Fasching nicht fehlen darf. Bei den Drehsaal-Organ, die Kostüme, der Aufwand, da muss man einfach am Amo Schickeweg mit seinem Freund Danke sagen. Und wir begrüßen euch in den Dänkchen mit einem kräftigen Jürri Jürri! Jürri Jürri! Jürri Jürri! Jürri Jürri! Und wir in den Dänkchen sagen zu euch vielen Dank immer kräftiger! Bierherwerwer! 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 Bierherwerwerwer! Bierherwerwerwer! Wie die sehr geacken! Hosen an! Die Kostüme! Wunderer! Andel! Ein großes Lob! Auch dir und deinen Freunden! Und frei noch mal ein kräftiges Jürri Jürri Jürri! Jürri Jürri! Jürri Jürri! Jürri Jürri! Liebe Männer, jetzt könnt ihr eure Männerpitte in die dritte Reihe. Es kommt die Gruppe Frauenpower, sie sind Maltfäden. Die Christel Nachtl ist da verantwortlich. Die Waldfäden aus Bluden, Frauenpower, auf unsere Waldfäden. Der Frauenpower, ein kräftiges Jöri Jöri. Jöri Jöri. Jöri Jöri. Und wenn ihr lagen, die kleinen Galoschen mit, die haben auch noch ein Fried. Für die Waldfäden natürlich hoch, im Namen von der Melbärer Fahrsatzung ein kräftiges Bierer-Bierer. Bierer-Bierer! Bierer-Bierer! Wenn wir da schauen, ein weiterer wunderbarer Verein aus Börs. Sie können nicht nur Ski fahren, sie können auch mit Figginen fahren. Der Figginenverein aus Börs. Mit dem Reinhard Bachmann am vordersten Front. Frei, sagen wir natürlich ein kräftiges Krota-Krota! 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 Und ich nütze das Sägeberfreie, ein schönes Bierer-Bierer! Bierer-Bierer! Ihr könnt euch mal erinnern, die gegen den Skifahren nütze das. Wir mit Figgl, ihr mit Figgl. Ich komm mal. Keine Chance. Jetzt besprechen wir noch am Kirchplatz. Sollala, Fraschstanzerbier. Die Flaschenkette. Martin Dünzer ist hier verantwortlich. Er hat die wunderbare Ecke. Ihr wisst, wir leben hier im Bezirk. Und sehr viele gute Pierry. Fraschstanzerbierer. Oh, da müsst ihr noch ein bisschen aufpassen. Also, Fraschstanzerbierer ist ein gutes. Vorenburger, Moren, Bicker. Auf die Flaschenkünzer mit dem Martin Dünzer. Ein kräftiges Bierer-Bierer. Bierer-Bierer. Da haben wir eine wunderbare Gruppe. Eine Freundesgruppe, die Dorflegenden. Du sie warst ja kurz. Ich bin gespannt. Die Dorflegenden sahen Sie noch nicht so dabei. Aber wahrscheinlich die kommenden. Auf die kommenden Dorflegenden. Ein kräftiges Bierer-Bierer. Bierer-Bierer. Wir haben die nächste wunderbare Gruppe. Und die Gruppe kommt aus Blutensrichter und Gelieb. Die Scharapitas. Lustige und die scharfen Clowns. Verantwortlich ist die Monika Felder. Und einbegrößen wir mit einem kräftigen Hutschner-Hutschner. 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 Ohne nichts zu sagen, bedanke, dass Sie dabei sind. Und immer kräftiger. Bierer-Bierer. 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 Als nächstes begrüßen wir noch beim Gemeindeamt bei der Krona die Blumenöcker Popcorn Gang. Die Popcorn Gang makes me happy. Die Popcorn Gang makes me happy. Und das passt natürlich hoch. Und das passt natürlich hoch. Der Popcorn Gang gegen, weil Sie Türlinger sind. Für alle da mal ein kräftiges Grüßes Stinker. Grüßes Stinker. Grüßes Stinker. Grüßes Stinker. Und natürlich hohe Anke. Bierer-Bierer. 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 So. Da kommt erst der erste Mager. Das gehört auch ein bisschen dazu. Wenn drinnen liegen, es kann nichts passieren. Da fährt man so an. Es ist so. Der Clemens fährt ab. Wir haben auch viele Leute dabei. Es ist einfach auch eine Runde, wo auf die Umzeit geht. Wo ein bisschen Spaß verbreiten will. Und einfach der Faschinger ein bisschen lebt. Und die Faschingsnahrer Klostertal begrüßen sie natürlich mit einem kräftiger. Nara, Nara. Oh. Ich habe da was vor dem Bankkistan zuerst denken. Und ihr seht, da sind noch Führmeldungen dabei. Das passt ganz gut. Und ihr seht noch, die Klostertarten hauen ein paar Zuckerchen raus. Also, es ist nicht nur so, dass sie da verstanden und nicht tun. Sie gehen ein paar Zuckerchen der Kinder und das ist das Schöne. Und die Klostertarten hauen richtig gut. Und die Klostertarten haben wir nicht zuerst. Mit Nara, Nara. Ho. Nara, Nara. Ho. Nara, Nara. Ja, es gibt ja keine Plakten mehr, gell? Ziem ja klar! Klimitz! Und auf die Klosentwahl! Und Aroma! Nur Kräfte! Viera Viera! Viera Viera! Viera Viera! Viera Viera Viera! So meine Leute! Wir sind jetzt bei der Nummer 46! Wir haben noch die Fett! Und deswegen... Wir sind eine junge, rare, weiser Zuppe! Und wir begrüßen wir! Ich hab' aber kräftgegangen. Das kann ich wieder lesen. Brü! Brü! Lautes Brühe! Ich hab' die Brühe! Ich hab' den Brühe, ich hab' den Brühe! Sie haben das Wort, Medina Jungwee! Auf Hunze! Steiger! Du seht'n wir's! Medina Jungwee! Wir sehen die Bisse, das rechte ist seit es, der ein Schmarrn-Kärchen wieder! Hier-la, hier-la! Hier-la, hier-la! Die junge Walzer-Truppe, sensationell. Recht hat sie ihr an. Also, das habe ich mit Dessert genaversiert, aber jetzt kommt die nächste Walzer-Tarotruppe. Ich weiß nicht, was ich stimme. Die kann als Hühner und die haben ihren Zuggespruch. Hähner, Hähner, Ei, Ei. Also, wenn wir das machen, ihr könnt es, gell? Machen wir einen Generalpropp. Hähner, Hähner. Also, es läuft. Es läuft. Die wilden Hühner aus dem Walzer-Tar. Die wilden Hühner aus dem Walzer-Tar. Die wilden Hühner aus dem Walzer-Tar. Mit einem kräftigen Hähner, Hähner. Hähner, Hähner. Hähner, Hähner. Hähner, Hähner. Hähner, Hähner. Und schön, dass sie da sind für euer kräftiges Hähner-Hähner. Hähner, Hähner. Hähner, Hähner. Hähner, Hähner. Woah. Sch активiert schon sein Auto. Jetzt ist natürlich war es aktuell. Roadcamp in online. Ihr wisst ja ... Vor zwei Jahren hat man Olfen gesichtet. Im Laden. Wir sind gespannt, was man hier bei mir darstellt. O, previousrepairs hat Christian gesehen, wie schön ist das Wolfen. Die Menschen, die wollen schon gar nicht klopfen, die anderen wollen verdrehen. Hähner, Hähner! Hähner, Hähner! Vorsicht! Alles klar! Hähner, Hähner! Ei, ei! Ei, ei! Zin zuzurenen! Die Steierer aus dem Weiterteil, auch in der Rechtsrechte, herzlichen Dank! Hähner, Hähner! 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 Solala! Fasnath aktuell! Die Wolfssichtung Nütschernos! Habe ich ja der Wolf geschossen? Hähner, Hähner! Hähner, Hähner! Hähner, Hähner! Wo ist er? In Nütschernos! Ist er im Bett? Im Nütschernos! Hähner, Hähner! Das ist Wolfssichtung! Und da, sehen wir ein kräftiges Hutschner, Hutschner! Hutschner, Hutschner! Hutschner, Hutschner! Hutschner, Hutschner! Und der böse Wolf in der Kladina, sind die Geißeln noch irgendwo! Da ist ein Wolf! Sensationelle Gruppe, immer wieder aktuelle Themen! Und da sehen wir im Namen von dem, wie der Pfarrer Zungserolf, ein kräftiges Hähner, Hähner, Hähner! Hähner, Hähner, Hähner! Hähner, Hähner! Dau komm, Fassadaktuell! Wir füllen da oder zwei! Und schön, dass ihr aus Tschakou da seid. Und frei machen wir auch kräftiges Bierer-Mierer. Bierer-Mierer. So liebe Leute, wir drehen Sie an. Jetzt kommt der Mehlbierer. Das heißt, es geht zu Ende. Jetzt kommt die Burg. Das erste Mal mit unserem neuen Bürgermeister. Mit dem Florian Demesl-Huber. Mit dem Gemeinderat, mit dem Ewald Frei. Mit dem Vizebürgermeister, mit dem Hansjörg Ulf. Und liebe Leute, auch Frau Fehl. Eine Gemeinderätin. Die kurze Manangelika. Warum fehlt ihr? Weil sie Floristin ist. Und weil sie für morgen. Liebe Leute, wisst ihr was morgen für den Tag ist? Es ist nicht nur rascher Mittwoch. Es ist auch Valentinstag. Und am Valentinstag muss ein Floristin einfach schaffen. Es ist so. Sandra und Isek, danke, dass Sie da gewesen sind. Für die Gemeinde Witzel, das wir im neuen Bürgermeister. Mit dem Struppi als Heckler-Redakteur. Einbegrößen-Burum-Rechtig mit einem kräftigen. Wierer, Wierer! 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 Das war's. Das war's.